so leute willkommen bei meinem neues video bei diesem video sind wir wieder mal mit jason am start teil 4 kommt jetzt wird schön gerade vor siemens gebäude kann man hier wahrscheinlich sehen hier und ich nehme euch heute ein bisschen mit heute scheint die sonne ich weiß jetzt nicht wie viel grad ich glaube 26 grad oder wartet man jetzt schon mal auf die uhr 28 nein 16 grad ist das aber trotzdem heiß und ja ich nehme euch ein bisschen mit der schild dahinten ab checken bei ihnen verlinkt verlinkt dann sein kanal unter meine video könnt ihr alle abstecken was ich mache jeden tag ja ich mache und ja ich nehme euch dann mit wenn ich was vorhaben wir laufen jetzt an kanal wir laufen hier vorbei hinter mir könnt ihr vielleicht ein schiff noch sehen und leute ihr könnt ihr gerne laufen spazieren fahren kann man hier sehr gut hier fahren alles machen also check hier ab ich verlinke den standardort unter meinem video ich verlinke ja unter meinem video den ort und ja checkt hier ab sag ich mal ich nehme euch hier noch ein bisschen mit so leute wir versuchen hinter mir von diesem gebüsch hinter mir hoch zu gehen wir suchen einen weg hoch zu gehen weil wir hier kann man hier keinen bock haben hier zu spazieren wir versuchen über uns zu dieser brücke zu schaffen ja ok lass einfach von hier hoch so leute wir gehen jetzt den gebüsch hier hoch ich weiß mein handy wird jetzt bisschen schüttern müttern aber wir gehen auch hier irgendwas hoch am kardiger was ist das ja ich werde viel schmutzig wegen dir soll ich aber ja und jetzt ja 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 wohl ja wohl was ihr guten weg gewinnen ja guck mal wie schmutzig geworden bin an ans team ich habe weiß sachen an wegen der bin schmutzig geworden so leute wir gehen jetzt über brücke und ich habe von brücken angst das wusstest ihr bis jetzt noch nicht nur meine kollegen wussten dass ich von den brücken angst habe keine ahnung wieso so leute ich habe von brücken ganz das wissen nur meine kollegen ihr könnt noch nicht wissen aber jetzt wisst ihr auch eigentlich sowas peinlich ist aber jeder hat hier von was angst amker jeder hat von spinnen angst oder so dicker ich habe einfach von brücken angst das ist abstürzt die süß bei mir so so leute ab hier habe ich keine angst mehr weil die brücke hier sicher ist aber wir gerade sind einfach autobahn so leute wir haben 16 uhr warte wieviel Uhr haben wir 16 uhr 11 haben wir heute ist montag nein heute ist dienstag ne ja heute ist dienstag das video kommt wahrscheinlich mittwoch dann online der ich wackel das handy so viel ne boah das sieht so scheiße aus sag mal was ist hier habe ich mal gefilmt so leute so wie wir sind jetzt kanalberg schon wieder teil 4 teil 1 teil 2 teil 3 teil 4 waren wir kanalberg ne wir sind wieder kanalberg aber ja ja leute wir gehen am samstag München nein du weißt nix davon also ich geh mit jemanden was hört mich das jetzt ja ok du soll dich halt auch nicht jucken ne ja sag mal bruder willst du mitkommen ok wollte ich auch nicht äh so ey wir sind jetzt kanalberg äh und ich nehme euch samstag mit zu München tour wir laufen ein bisschen München und so zeige ich euch ein bisschen für die leute die jetzt noch nie in München waren zeige ich euch ein bisschen so ich war selber noch nie in München aber egal äh ist eigentlich euch ein bisschen so äh ja ist auch jetzt billiger geworden ne 9 euro ticket weil früher hat 60 euro gekostet so ich scheiß drauf jetzt äh wir sind jetzt hier unterwegs kanalberg ne wir laufen ein bisschen ich nehme euch mit und ja wir sehen uns dann wenn was passiert so leute wir sind immer noch unterwegs wir gehen diesmal aber nicht kanalberg wir gehen sondern bei der kanalberg eingang direkt nach links ja links ja links ähm und ich nehme euch bisher mit ich muss von oben halten kamera ne weil wenn man von unten hält ist scheiße weißt du oben ist besser äh mit dabei ist ähm ähm ich gehe 1 uhr oder so heim 1 uhr nachts oder was 1 uhr nachts oder was ja so wir sind immer noch unterwegs hier ich nehme euch so ein bisschen mit was wir heute so machen ich glaube heute spazieren wir nur so ich nehme euch nur spazieren mit oder 2 Uhr und 4 ja so leute in 4 wochen also in 4 halb wochen wenn nichts passiert äh nehm ich euch mit wir gehen türkei ja wir gehen türkei äh ich nehme euch mit äh wie wir fliegzeug einsteigen in den hotel rein buchen rein gehen 5 sterne man muss ja auch bisschen angeben ne fliegzeug 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 also ja leute ich nehme euch bisschen mit dann äh es wird geile blog kommen also diese blogs was ich grad drehe ist eigentlich nur aus Lammweile ich bin ehrlich diese blogs sind aus Lammweile weil ich irgendwas auf youtube posten will aber weiß nicht was darum poste ich darum poste ich ja nein sowas mach ich nicht ich liebe meine community und ja ähm und ja leute ihr könnt abchecken ähm dann in 4 wochen oder 4 halb wochen oder 4 1 Tag ja irgendwann kommt das und ja checkt auf jeden fall mein tiktok instagram auch ab alles auf unter das video verlinkt vielleicht verlinke ich von jason auch noch video ich weiß nicht vielleicht mach ich das wenn ich bock hab wenn und ja ja ich nehme mal ja wo sind wir hier gelandet einfach wüste man denkt usa lustig äh und ja wir laufen jetzt weiter ich nehme euch bisschen mit und ja so leute wir sind immer noch unterwegs ich kann nicht mehr wir gehen jetzt zurück ganze weg wieder mal und wir gehen auch ein bisschen zurück weil hier überall nur hundescheiße ist ich rate euch nicht hier vorbeizugehen also ihr passt auf euch auf also auf eure schuhen und so weißt du ich will jetzt nicht meinen schuh dreck machen und ja ich nehme euch mit wie gehen sie zurück zeige ich euch ein bisschen leute ich weiß mein blog sind grad also mittlerweile voll langweilig und so aber ich drehe halt bald richtige also in urlaub und so checkt ab auf jeden fall dann die blogs abonniert meinen kanal aktiviert die glocke dass ihr nichts verpasst also die türkische blogs und so nicht verpasst also checkt auf jeden fall ab und ja ich habe nichts zu sagen eigentlich noch aber ich nehme euch halt bisschen noch mit ich wollte eigentlich das video beenden jetzt aber ich nehme euch trotzdem ein bisschen mit und irgendwann beende ich dann da vorne oder so keine ahnung mal schauen also bald kommen bessere blogs seit am start dann so leute ich beende den blog jetzt mit hier also ich beende den blog jetzt hier willst du was sagen? nein sag wenigstens tschüss ja ade du fachst mich grad so hart ab ne hey ich hab doch ich hab doch gesagt ich lerne mal nicht ja egal jetzt leute das war es mit dem blog ich weiß nicht was mit ihnen los ist ich glaub der ist einfach nur miete ja wir sehen uns dann beim nächsten blog der morgen kommt nein morgen kommt kein blog irgendwann kommt ein blog wir sehen uns dann samstag oder so keine ahnung tschau tschau leute bis später bis irgendwann bis irgendeinen tag tschüss ab managing wala som